Patricia Dodd, Filipe Milano, Breakthrough. Die englische Meisterin Patricia Ann Dodd ist vierte nach der Pflicht, 21 Jahre alt. Sie ist in Kanada in Toronto geboren. Doppel-Lutz. Hm, das hätte ein doppelter Pflicht werden sollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch da hat eine halbe Drehung gefehlt, weil wir sind doppelten Pflicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Über die Ritzberghund? Untertitelung des ZDF, 2020 Über die Ritzberghund? Amen. Musik 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 Patricia Enddott in einem lachfarbenen Startkleid. Ihr Führprogramm wollte auch nicht so gelingen, wie es geplant war. Sie hatte viele Schnitzer drinnen. Einige Doppelsprünge waren unterdreht, es hat Drehung gefehlt. Und natürlich, wenn einige Sprünge nicht gelungen sind, dann wird man unsicher. Das heißt, die meisten der Läufer werden dann unsicher. Und das war bei ihr auch deutlich zu sehen. Patricia Enddott wird von Arnold Gershwille in Richmond-Eisring trainiert. Für den Inhalt 5,2, 5,3, 5,3, 5,0, 5,2, 5,1, 5,1, 5,3 und 5,2. Ich sage Ihnen vielleicht noch einmal das Preisgericht, da es hier so unpersönlich ist. Man sieht die Preisrichter ja nicht, da sie nur auf ihren Tasten drücken und die Noten erscheinen dann in Leuchtschrift auf einer schwarzen Tafel. Ich werde versuchen, mit der Wertung die Preisrichter, die Länder, aus denen die Preisrichter kommen, ermittelt zu sagen. Für die Ausführung der Österreicher 5,0, USA 5,3, Ostdeutschland 5,3, Ungarn 5,0, Kanada 5,2, England 5,2, Deutschland 5,3, UDSSR 5,2, Schweiz 5,2. Das ist Arnold Gershwille.